Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Neue Technologie in Soltau senkt CO2-Ausstoß bei Betonproduktion. Pionierarbeit in der Baubranche. Eröffnung der ersten Fabrik zur Produktion von klimapositiven Beton. Die Baubranche ist immer noch einer der Hauptabnehmer von CO2-intensiven Materialien. Doch nun wurde ein bahnbrechender Schritt in die Richtung einer klimafreundlicheren Zukunft gemacht mit der Eröffnung der ersten Fabrik für klimapositiven Beton. Beton, der weltweit am häufigsten verwendete Baustoff, ist für etwa 8% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Eine Firma hat jedoch den ersten klimapositiven Beton entwickelt, bei dessen Herstellung mehr CO2 aufgenommen und gespeichert wird, als bei seinem Produktionsprozess freigesetzt wird. Klimapositiver Beton, was bedeutet das? Bei der Herstellung von Beton wird im Allgemeinen eine große Menge an Energie verbraucht und CO2 freigesetzt. Dieses neuartige Produkt, das als klimapositiver Beton vermarktet wird, hat jedoch einen einzigartigen Herstellungsprozess. Er nutzt die Eigenschaften von Beton, CO2 auf natürliche Weise zu absorbieren und zu lagern und integriert diese Eigenschaft in den Herstellungsprozess. Dies macht es möglich, dass während der Produktion mehr CO2 aufgenommen als freigesetzt wird. Ein Schritt in Richtung nachhaltigerer Bauindustrie. Die Eröffnung dieser Fabrik ist ein bedeutender Fortschritt in Richtung einer nachhaltigeren Bauindustrie. Zwar ist noch ein gewisser Weg zu gehen, um die derzeitige Bauwirtschaft vollständig umzuwandeln, Doch die Inbetriebnahme der ersten Fabrik für klimapositiven Beton ist ein beachtenswerter Schritt. Sie zeigt, dass es möglich ist, selbst in einer Branche, die traditionell für ihren hohen CO2-Ausstoß bekannt ist, einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Quellen, Pflastersysteme im Klima-Check, ein Baustein für die Energiewende, Bundesverband Beton. 2.21. Klimapositiver Zement könnte eine Revolution in der Baubranche auslösen. Fraunhofer-Institut für Bauphysik 2022. Anita Farke, Mittwoch, 24. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.